Montags überwiegt am Morgen in der Region dichte Bewölkung, es bleibt allerdings trocken bei Temperaturen um 0 Grad. Am Mittag ist es regnerisch und das Thermometer klettert auf 2 Grad. Am Abend ist der Himmel weiterhin bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 1 und 2 Grad. In der Nacht auf Dienstag überwiegt weiterhin dichte Bewölkung, es bleibt trocken bei Tiefstwerten von 1 Grad.